Ich begrüße euch herzlich zu dieser Ausgabe der Filmnische. Wenn Luca Guadagnino einen neuen Film fabriziert, dann darf man durchaus gespannt sein, denn mit Call Me By Your Name und Suspiria hat er ja wirklich schon seine Qualitäten bewiesen. Nun kommt er mit einer Mischung aus Horror und Romanze daher ein Kannibalenfilm, bei dem sich zwei Leidende, später Liebende finden und dann gucken wir doch mal, ob der was taugt. Zu Beginn des Films sehen wir Maren, wie sie in eher prekären Verhältnissen mit ihrem Vater lebt. Sie ist vielleicht ein bisschen die Auszeiterin. Naja, sie ist ja auch Kannibalin. Wir sehen dann am Anfang, wie sie auf einer Pyjama-Party ist, alles scheint harmonisch, stimmig, die Freundinnen sind guter Dinge und dann kommen sich zwei näher, nämlich Maren und eine Freundin und man denkt, oh, da wird ein Techtelmechtel draus, aber plötzlich fängt Maren an, an ihr rumzuknabbern und zack, ist der Finger auch schon ab und los geht der Film. Das ist dann der Ton, den der Film vorausgibt, der Grundstein sozusagen. Wir sehen dann in Form einer Kassette, wie ihr Vater sich von ihr verabschiedet, weil er das eben alles nicht mehr kann mit einer Karnibale im Zusammenleben, immer wieder umziehen, alles versuchen zu vertuschen und dergleichen. Und diese Kassette begegnet uns während des ganzen Films, ist bei uns und irgendwann trifft sie natürlich einen anderen Kannibalen. Man spricht hier von den Itern, die Esser eben und andere Iter können sich gegenseitig sozusagen wittern und merken dann eben, dass da jemand in der Nähe ist, dass jemand vielleicht auch stirbt, denn wir treffen dann mit ihr sozusagen den Esser Sully, der auch guten Appetit mitbringt, gespielt von Mark Rylance, der hier wunderbar auftrumpft, der diesen Schalk im Nacken hat, dieses spitzbügelische Lächeln auch. Wir wissen einfach nicht, wie wir mit ihm umgehen sollen, wie wir uns zu ihm verhalten sollen, denn am Anfang sieht man, wie er zu Meryl noch ganz nett ist und sagt, ja, wir können das so machen, erklärt sie so ein bisschen, wie das funktioniert, wie er das macht und dergleichen, aber natürlich verabschiedet sie sich irgendwann, weil ihm doch, ja, der Schalk zu sehr im Nacken sitzt und sie argwöhnisch bei ihm ist. Nachdem sie sich von Sully verabschiedet hat, reist sie weiter nach Minnesota und auf dem Weg trifft sie Lee, der ebenfalls guten Appetit mitbringt. Die beiden werden eine Schicksalsgemeinschaft und gehen dann zusammen nach Minnesota, wo sie ihre Mutter treffen möchte. Handwerklich war es natürlich der Regisseur zu überzeugen. Wir haben pittoreske Landschaftsaufnahmen, die oftmals durch Kameraschwenks gezeigt werden, wo man wirklich die ganze Weite des Landes sieht, auch vielleicht ein kleiner, kurzer Liebesbrief an diese Weiten, an diese Landschaften. Ja, Kameras haben wir dann auch in brisanten, ekelhaften Situationen, wenn es dann mal ein zu rosige Fleisch geht, dass sie sich einverleiben. Wird dann immer wieder kontrastiert mit hübschen Bildern, zum Beispiel, wenn wir sehen, wie Sully mit Meryn dann am Anfang des Films, wie sie schmausen und dann verabschiedet sich die Kamera, Gott sei Dank, von diesen Bildern und wir sehen ein paar hübsche Familienporträts, während wir die Kannibalen erstmal schön ordentlich schmatzen hören. Das ist ekelhaft und diese Kontraste macht er immer wieder auf und eine große morbide Freude sozusagen. Die Musik ist sehr reduziert, sanft ist die Gitarrengezupfe. Auch haben wir hier wieder dann die starken Akzente oder der Kontrast besser gesagt mit metallischen Klängen, dann wird es basslastig, weil dann von der einen zur anderen Sekunde, gerade ist es vielleicht noch ein bisschen ein Liebesgesäusel zwischen Lee und Meryn, im nächsten Moment werden dann zugespitzte Dialoge vorgetragen oder ein einschneidendes Erlebnis passiert, wenn dann andere Leute nochmal auf den Plan treten. Nun stellt sich die Frage, was der Film uns mitteilen möchte. Also klar wird das Außenseitertum dargestellt und auch gestreift, aber weder verherrlicht noch verteufelt. Aber ich denke, es geht eher um die Genlotterie. Wie gehe ich damit um? Denn dieser Durst, dieser Appetit ist wohl genetisch weitergegeben, denn Marys Mutter hatte es, ihr Vater nicht und bei Lee genau andersrum, ihr Vater hatte es, sein Vater hatte es, seine Mutter nicht. Und so war es für mich auch eine Sache, wie man damit umgeht, wie geht man mit seinem Rucksack gehen und um sozusagen. Meryn versucht ja das Beste draus zu machen und sie versuchen dann auch kurzzeitig ein normales Leben zu führen in einer Stadt. Wie das gelingt, kann man sich vielleicht denken, während dann tritt auch nochmal jemand auf den Plan, aber das war auch so ein Thema, wie ich damit umgebe. Meryn versucht dann ebenso zu kämpfen und Lee geht da eben noch ein bisschen anders daran, der erliegt vielleicht seinen Betrieb. Gewinnt das über ich oder das es? Wer weiß. Natürlich wissen wir, dass Timothee Chalamet ein großartiger Schauspieler ist in Dune, Call Me By Your Name und vor allem Beautiful Boy hat er es bewiesen. Aber auch Tyler Russell, seine Gegenspielerin Meryn funktioniert gut. Macht, also man glaubt dir auf jeden Fall, was sie da sagt. Michael Stuhlbarg spielt hier mal eine ganz andere Rolle. Also er spielt auch einen Iter und der Film ist auch dadurch geprägt, dass viel im Dialog, viel Grusel und Horror im Dialog passiert. Wenn er dann sagt, ich habe schon mal jemanden vollkommen verputzt mit Mark und Bein. Boah, das ist wirklich schauderhaft. Mark Rylance spielt diesen Sully wirklich schön ambivalent. Man möchte ihm glauben, dass er ein netter Kerl ist, so nett, der ein Menschenfresser sein kann. Aber trotzdem sorgt er einfach nur für Unbehagen mit seiner Präsenz. Ja, alle Schauspieler sind wirklich toll besetzt, bis eben in die Nebenrollen. Da funktioniert alles. Kommen wir zum Fazit. Schauspieler sind wie gesagt großartig, die passen alle wunderbar. Wir haben emotionale Komponenten. Im nächsten Moment wird uns Speiübel beinahe schon. Also ich war auch emotional investiert. Pittoreske, tolle Bilder der Landschaften. Die Musik, ja, changiert zwischen diesen Horror, diesen metallischen Klängen. Basslastig, wenn es mal an die Eingeweide geht, wenn mal was Dramatisches passiert. Trotzdem unterstützt es die Emotionalität des Films mit den Gitarrenklängen. Hübsche Bilder haben wir und auch die Botschaft fand ich gelungen. Alles in allem macht der Film eine morbide Freude. Ich war angeekelt, ich war schockiert. Ich war gespannt, wie es ausgeht, denn er ist nicht unbedingt vorhersehbar. Und emotional war ich auch mit dabei. Ein rundes Kinoerlebnis und wieder so ein Film, wo ich sage, mehr von diesen kreativen Ideen, auch wenn es auf einem Buch passiert, ist jetzt sozusagen dem Regisseur nicht geschuldet, dieser kreative Erguss. Aber das zu transportieren oder zu adaptieren vom Buch zum Film ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich werde ihn auf jeden Fall mir nochmal ansehen. Zum Glück vielleicht daheim, da ist er weniger eindringlich und verstörend als im Kino. Dann bleibt zu sagen, ich wünsche einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal.